Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3, Aktuelle Stunde. Die Fraktionen der CDU, CSU und SPD haben eine Aktuelle Stunde zum Thema Umsetzung der nationalen Impfstrategie COVID-19 verlangt. Bitte nehmen Sie Platz. Ich eröffne die Aussprache und gebe das Wort an die Kollegin Karin Mark für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Wir alle haben uns in den letzten harten Wochen nach einem Impfstoff gesehnt. Wenn der von BioNTech-Pfizer jetzt voraussichtlich noch vor Weihnachten die europäische Zulassung erhält, dann stimmt mich das endlich etwas zuversichtlicher. Es vermittelt für uns alle Hoffnung. Wir können so viel Leid mit diesem Impfstoff verhindern. Es wäre schlicht ein wunderbares Weihnachtsgeschenk. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es wäre auch keine Notzulassung, so wie in den USA oder in Großbritannien. Es wäre die weltweit erste ordentliche Zulassung. Ich finde es ehrlich gesagt geradezu absurd, in einem derart sensiblen Umfeld wie dem Impfen einen Wettbewerb zu starten, um die schnellste Zulassung. Wir brauchen doch zuallererst das Vertrauen der Menschen in das Impfen und in die Impfstoffe. Deutschland ist auch bekanntlichermaßen Teil der europäischen Gemeinschaft. Was deshalb gar nicht geht, ist doch beispielsweise die kleineren europäischen Partner, Länder ohne eigene Möglichkeit und nationale Impfstoffzulassung abzuhängen und geradezu im Regen stehen zu lassen. Das sage ich auch. Ich bin trotzdem stolz darauf, auch als Europäerin stolz darauf, dass dieser mRNA-Impfstoff, der erstmals auch die industrielle Fertigung von Impfstoffen ermöglicht, maßgeblich in Deutschland entwickelt wurde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden jetzt noch im Dezember in einer ersten Phase 400.000 Dosen Impfstoff zur Verfügung haben, ab Januar dann 3 Millionen. Wir erwarten mit der Zulassung der weiteren Impfstoffe und der weiteren Lieferungen einen Aufwuchs im ersten Quartal nächsten Jahres auf 11 bis 13 Millionen Dosen. Das ist viel. Aber für eine flächendeckende Versorgung reicht es noch nicht aus. Deswegen muss priorisiert werden, muss festgelegt werden, wer zuerst geimpft werden kann. Die STIKO, die Ständige Impfkommission beim Paul-Ehrlich-Institut, hat dazu, wie übrigens bei allen Impfungen ihre fachliche und wissenschaftliche Expertise ebenso eingebracht wie der Ethikrat und die Leopoldina. Kurz gesagt geht es darum, den Impfstoff so effektiv wie möglich einzusetzen, sodass Todesfälle und schwere Krankheitsverläufe so weit wie möglich verhindern und die Ausbreitung und das Übertragungsrisiko maximal gemindert werden. Wenn man das Ganze konkret macht, dann heißt das zuerst den Menschen im Alter über 80 Jahren, den Menschen in den stationären Einrichtungen, die dort behandelt, gepflegt und betreut werden, aber auch die dort tätig sind, diese Impfung anzubieten. Zum vorrangig zu impfenden Personenkreis würden dann natürlich auch Beschäftigte gehören, die einem hohen Ansteckungsrisiko auf Intensivstationen, Notaufnahmen oder im Rettungsdienst ausgesetzt sind. Mittelfristig heißt die Impfstrategie, allen Menschen Zugang zum Impfstoff anzubieten. Und ich betone anzubieten, es gibt keine Impfpflicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es bleibt die Frage der Umsetzung. Wir haben als Gesetzgeber im dritten Bevölkerungsschutzgesetz genau für diese Mangelfälle die gesetzliche Grundlage gelegt und den Gesundheitsminister und nicht wie üblich den gemeinsamen Bundesausschuss in § 20i SGB V beauftragt, auf der Basis dieser gesetzlichen Grundlage die Covid-Fälle mittels einer Rechtsverordnung zu regeln. Wir haben dort auch ganz bewusst die Kriterien für die möglicherweise notwendige Priorisierung vorgegeben. Ich zitiere aus der Begründung in Satz 1 Nummer 1 werden in Bezug auf Schutzimpfung gegen das Coronavirus besonders in Betracht kommende Personengruppen genannt, nämlich wenn sie aufgrund ihres Alters oder ihres vorbelasteten Gesundheitszustands ein signifikant erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf haben, wenn sie solche Personen behandeln, betreuen oder pflegen oder wenn sie in zentralen Bereichen der Daseinsvorsorge und für die Aufrechterhaltung der zentralen staatlichen Funktionen eine Schlüsselstellung besitzen. Das mag nun der eine oder andere nicht ganz verstanden haben. Aber welchen weiteren Sinn, frage ich mich, sollte eine solche gesetzliche Hervorhebung von Personen denn sonst in diesem Zusammenhang haben? Wir brauchen überdies in den nächsten Monaten auch aus ethischen Gründen diese flexiblen Maßnahmen, die wir nur über die Rechtsverordnung flexibel erhalten, nämlich dann, wenn die Impfvorschläge aufgrund weiterer und besserer Evidenz und weil andersartige Impfstoffe zugelassen werden, in den nächsten Wochen immer wieder angepasst werden müssen. Mit der Rechtsverordnung wird es möglich sein. Und Sie werden, liebe Kollegen von der FDP, Herr Thome, morgen einen Gesetzentwurf einbringen. Kurz gesagt heißt das morgen Überweisung in den Ausschuss, Anhörung, Abstimmung. Und selbst unterstellt, es würde sich eine Mehrheit finden. Der Bundesrat, der nächste erreichbare Bundesrat wäre im Februar. Also Impfstoff im Dezember verfügbar, Impfen im Februar. Frau Kollegin. Naja, wir starten jedenfalls am 18.12. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Karin Mark. Ich danke Ihnen. Nächster Redner ist für die AfD-Fraktion Paul Podolay. Das ist erlaubt, ja. Wir klären das jetzt. Herr Podolay hat jetzt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Und geehrte Bürger! Heute wurde Deutschland erneut auf das wirtschaftliche Abstellgleis gestellt. Während China im November einen Exportboom mit einem Plus von 21 Prozent verzeichnet und das Leben zur Normalität zurückgekehrt ist, ist man in Deutschland immer noch dabei, die eigene Gesellschaft zu zerstören. Die heute thematisierte Impfstrategie zeugt ebenfalls von mangelnder Weitsicht. Trotzdem, sobald der BioNTech-Impfstoff von der Europäischen Arzneimittelbehörde zugelassen wird, angeblich am 21. Dezember geht das große Stechen los. Die deutschen Impfzentren sind jedenfalls laut Bundesminister Spahn einsatzbereit. Konträr dazu bestätigt die ständige Impfkommission, dass die Impfbereitschaft der Deutschen kontinuierlich sinkt. Besonders bei Ärzten und Pflegekräften derjenigen, die also an der Covid-Front kämpfen, scheint sie am geringsten zu sein, was das Narrativ der sicheren Impfung und der ungewöhnlich tödlichen Erkrankung absolut infrage stellt. Kanzlerin Merkel sagte im November, dass man die Maßnahmen erst aufheben könne, wenn rund 60 bis 80 Prozent der Bevölkerung immun seien. So stellt sich unweigerlich die Frage, wie diese enorme Zahl erreicht und überprüft werden soll. Es wurde schließlich immer wieder betont, dass es keine Impfpflicht geben soll. Was passiert also, wenn die Impfbereitschaft niedrig bleibt oder sogar noch weiter zurückgeht? Bleiben wir dann für immer im Lockdown? Oder wird man dann doch versuchen, die Menschen zur Impfung zu drängen? Die Bundeswehr prüft schon die Impfpflicht für alle Soldaten. Der Entwurf der ständigen Impfkommission zur Priorisierung stößt auch auf Widerstand. Er sieht vor, Menschen mit sehr hohem Risiko zuerst zu impfen, etwa Bewohner von Pflegeheimen. Während Personen in Asylunterkünften zur dritten Impfgruppe gehören und somit vor Lehrern und Erziehern geimpft werden sollen, werden Polizei und Feuerwehr sogar in der letzten Gruppe mit gering erhöhter Priorität genannt. Aber nicht nur die Priorisierung wird Fragen auf. Wie werden die Menschen in den Impfzentren umfänglich über die Risiken und Nebenwirkungen dieses neuartigen Impfstoffes erklärt, sowie über die Haftung im Falle eines Impfschadens? Zudem muss man bei dem Biotechimpfstoff ein Mindestabstand zwischen den Impfdosen von 21 Tagen liegen. Die ständige Impfkommission empfiehlt, die zweite Impfdosis nicht zu verabreichen, falls ein Impfling sich in diesen drei Wochen mit Covid angesteckt hat. Wie also wird sichergestellt, dass diese Menschen sie nicht anstecken? Soll eine Selbstisolation für diese 21 Tage verordnet werden? Wie soll das in einem Pflegeheim überhaupt geschafft werden? Und wird dann ein PCR-Test vor der zweiten Impfdosis durchgeführt? Das Vorgehen der Regierung ist so stark, dass sie alles auf die Impfung setzt, ohne zu beachten, dass eine effiziente Therapie und Prophylaxe eine Impfung obsolet machen würde. Das Forschen an neuen Covid-Therapeutika oder dem Unfunktionären altbewährter Wirkstoffe wie Fluoxin, Ivermectin, wie es auch andere Staaten tun, scheint für die Regierung überhaupt keine Option oder gänzlich unbekannt zu sein. Schon jetzt ist bekannt, dass die Impfung starke Reaktionen auslösen kann, wie in England gesehen. Die Bundesregierung arbeitet im Rahmen der Impfstrategie bereits an der Einführung einer App, die es Impflingen erlaubt, Nebenwirkungen der Impfung an die Behörden zu übermitteln, um zu klären, wie verträglich der Impfstoff wirklich ist und ob es Langzeitwirkungen gibt. Wie praktisch! Man steht einfach den Spieß um und lässt die Versuchskaninchen nun selbst ihre Daten erbringen. Meine Damen und Herren, Covid-19 ist eine Erkrankung, die uns nun seit fast einem Jahr auf Trab hält und auch noch die nächsten Generationen beschäftigen wird, die diesen sozialen und wirtschaftlichen Super-GAU ausbauen müssen. Kommen Sie bitte zum Schluss. Wäre es nicht sinnvoll und vorbildlich, wenn sich alle Regierungsmitglieder vor dem Start der Massenimpfung öffentlich als erste impfen lassen? Kommen Sie bitte zum Schluss. Das ist ein Signal für die Bevölkerung. Vielen Dank. Aufhören mit der Randaliererei! Oha! Das ist jemand kräftig. Ja, aber er ist wirklich nicht der Erste. Kein Grund zum Lachen. Also, ich habe das auch schon gemacht. Also, die Maske, die Herr Podulay trägt, ist genehmigt. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Sabine Dittmar. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ab heute gilt für uns der harte Lockdown, Schulen, Kitas, Geschäfte und Restaurants. Das gesamte Leben wird wieder heruntergefahren, um Corona in den Griff zu kriegen. Der Lockdown trifft uns alle hart in dieser Zeit, wahrscheinlich sogar härter als im Frühjahr. Er ist aber zwingend notwendig, um das sehr dynamische Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu bringen. Und deshalb, Herr Podulay, ist Deutschland heute nicht aufs Abstellgleis gestellt worden, sondern wir haben heute Maßnahmen zu ergriffen, um in Zukunft solche Zahlen wie eben heute, 952 Corona-Todesfälle, fast 28.000 Neuinfektionen nicht länger hören und zu Kenntnis nehmen zu müssen. Sehr geehrte Damen und Herren, die europäische Zulassung des ersten Impfstoffes gegen Covid-19 von BioNTech-Pfizer steht unmittelbar bevor. Und damit werden wir in der Bekämpfung der Corona-Pandemie einen wichtigen Schritt vorankommen. Und ich freue mich, dass die Europäische Arzneimittelkommission die Prüfung des Impfstoffes am 21. Dezember abschließen wird. Damit wird schon ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie die weltweit erste reguläre Zulassung eines Corona-Impfstoffes noch vor Weihnachten möglich. Und das, meine Damen und Herren, ist auch ein großer Erfolg für unseren Wissenschafts- und Forschungsstandortes in Deutschland. Meine Damen und Herren, viele Menschen haben in diesen Tagen auf eine Notzulassung und einen schnelleren Impfstart in Deutschland gedrängt. Aber gerade weil so viel vom Vertrauen in die Impfung abhängt, war und ist es wichtig, die klinischen Daten intensiv und in Gänze zu prüfen und ein reguläres Zulassungsverfahren zu durchlaufen. Das dauert seine Zeit. Aber Sicherheit geht vor Schnelligkeit. Das Abwarten der europäischen Zulassung ist allerdings nicht alleine eine Frage der Arzneimittelsicherheit. Es ist auch eine Frage der europäischen Zusammenarbeit. Dass der Impfstoff in einem Netzwerk entwickelt wurde, durch die EU-Kommission zentral beschafft und verteilt, das ist ein großartiger Beweis für die europäische Solidarität. Deutschland wird im Januar zunächst drei Millionen Impfdosen und dann im Laufe des ersten Quartals elf Millionen Impfdosen, so Stand heute, zur Verfügung haben. Und damit können wir, meine Damen und Herren, gut in die Impfstrategie starten. Klar ist aber auch, dass der Impfstoffbedarf in der ersten Phase natürlich wesentlich höher sein wird als das, was wir zur Verfügung haben. Und aus diesem Grund muss der Impfbeginn, muss zu Beginn des Impfens entschieden werden, welche Bevölkerungsgruppen als erstes zu berücksichtigen sind. Und ich bin der Meinung, wir brauchen dazu kein weiteres Gesetzgebungsverfahren. Das Parlament hat im dritten Bevölkerungsschutzgesetz grundsätzliche Vorgaben für die Priorisierung der Impfberechtigten gemacht. Wir haben gesetzlich festgelegt, dass der Anspruch auf die Corona-Schutzimpfung insbesondere dann besteht, wenn Personen aufgrund ihres Alters oder ihrer Vorerkrankungen ein wesentlich höheres Risiko für einen schweren oder einen tödlichen Krankheitsverlauf haben. Gleiches gilt für diejenigen, die Corona-Patienten behandeln, betreuen oder pflegen, also Ärzte, medizinisches und vor allem pflegerisches Personal und Personengruppen, die für die öffentliche Daseinsvorsorge von zentraler Bedeutung sind. Die differenzierte Ausgestaltung der Priorisierungsregelungen werden wir dem Verordnungsgeber überlassen. Wichtig und zu berücksichtigen ist doch, dass der Verordnungsgeber hier nicht nach Gutdünken entscheidet. Wesentliche Vorarbeiten für die Corona-Impfverordnung sind und werden mit hoher wissenschaftlicher Expertise erarbeitet. In einem sehr transparenten Prozess erstellt die Ständige Impfkommission die Impfempfehlungen für die Schutzimpfung gegen COVID-19. Die Ergebnisse des europäischen Zulassungsverfahrens werden ausgewertet und berücksichtigt. Der Ethikrat, die Leopoldina und zahlreiche wissenschaftliche Fachgesellschaften beteiligt. Die Impfempfehlungen werden also wissenschaftlich, epidemiologisch und ethisch begründet und bilden deshalb eine gute Grundlage für die Rechtsverordnung. Der Verordnungsweg gibt die nötige Flexibilität und Schnelligkeit, die bei notwendigen Anpassungen erforderlich ist. Neue Impfstofftypen mit anderen Eigenschaften oder neue Erkenntnisse über vorhandene Impfstoffe erfordern gegebenenfalls eine neue Prioritätensetzung. Insofern ist es hier hilfreich, durch zügige Anpassung der Rechtsverordnung zu agieren, anstatt ein neues Gesetzgebungsverfahren anzuleiern. Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass wir in wenigen Tagen beginnen. Schon jetzt möchte ich all denjenigen danken, die in den Impfzentren und in den mobilen Teams tätig sind. Im Sommer werden wir dann hoffentlich in die regelmäßige Impfversorgung durch die niedergelassenen Ärzte kommen. Und dass diese leistungsfähig sind, das stellen Sie Jahr für Jahr bei den 10 Millionen Grippeimpfungen unter Beweis, sodass wir hier zu einer sehr schnellen Durchimpfung kommen können. Und ich denke, Kolleginnen und Kollegen, das sind doch gute Perspektiven und lassen uns hoffnungsvoll ins Jahr 2021 schauen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Vielen Dank, Sabine Dittmar. Ich danke Ihnen. Nächster Redner ist für die FDP-Fraktion Stefan Thomae. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen, seit Monaten warnt die Regierung vor der zweiten Welle, vor dem zweiten Lockdown, stellt uns aber auch jetzt zum Jahresende, das ist eine sehr gute Nachricht, den Beginn der Corona-Impfungen in Aussicht. In der Tat eine entscheidende Wegmarke in der Pandemiebekämpfung. Denn den Menschen werden jetzt wichtige Grundrechte in ihrem vollen Umfang zurückgegeben können. Bewegungsfreiheit und Reisefreiheit, Berufsfreiheit, Gewerbefreiheit, Versammlungsfreiheit und die freie Ausübung der Religion. Nicht zuletzt aber kann auch die Frage, wer wann geimpft wird, eine Frage auf Leben und Tod sein. Und deshalb ist die Frage der Impfstrategie für uns Freie Demokraten eine Grundrechtsfrage, meine Damen und Herren. Und da verwundert es doch sehr, dass die Regierung offenbar plant, die Impfstrategie im Hauruck-Verfahren auf dem Verordnungsweg zu erlassen. Ohne Beratung im Parlament, ohne öffentliche Debatte, ohne förmliches Gesetz. Eine solche Übergehung des Parlaments halten wir politisch für inakzeptabel und verfassungsrechtlich für höchst bedenklich, meine Damen und Herren. Denn die Impfstrategie ist nicht nur eine technische Frage. Es geht darin nicht nur um Verfahrensfragen, um Fragen der Zuständigkeit oder um die Kostenübernahme. Es geht um die Festlegung der Reihenfolge, in der Menschen geimpft werden. Und das ist eine wesentliche Entscheidung über Grundrechte der Menschen, wie ich soeben ausgeführt habe. Und das Grundgesetz sagt sehr, sehr klar, über wesentliche Fragen von Grundrechtsrang muss das Parlament entscheiden. Da steckt hinter dem Parlaments Vorbehalt. Und die Festlegung der Impfstrategie ist deshalb eine wesentliche grundrechtsempfindliche Entscheidung. Deshalb sagen wir, Freie Demokraten, hier greift der Wesentlichkeitsgrundsatz, hier greift der Parlamentsvorbehalt. Solche Fragen gehören ins Parlament, meine Damen und Herren. Sie sahen sich heute genötigt, diese Aktuelle Stunde zu beantragen, weil die FDP ein Gutachten beim Wissenschaftlichen Dienst eingeholt hat und morgen, durch Frau Kollegin Aschenberg-Dugnus, ein Impfgesetz in diesem Bundestag vorstellen wird. Was eigentlich, Frau Kollegin Mark und Herr Kollege Dobrindt, Ihre Aufgabe, die Ihrer Regierung gewesen wäre. Ganz grundsätzlich, ganz grundsätzlich, täten die Regierungsfraktionen besser daran, die vielen, vielen weitreichenden Entscheidungen der Pandemiebekämpfung hier in dieses Parlament hineinzutragen. Dass Koalitionsfraktionen ein Grundvertrauen in den Regierungshandeln haben, das hat was mit der funktionellen Rollenverteilung im Bundestag zu tun. Aber in dieser Rollenverteilung kommt auch der Opposition und auch der Öffentlichkeit eine nicht zu unterschätzende Aufgabe und Rolle zu. Denn hier kreuzen Meinung und Gegenmeinung die Klingen. Hier prallen Argument und Gegenargument aufeinander. Viele Unsicherheiten in der Bevölkerung und Gerichte, über die Sie, Frau Kollegin, schon gesprochen haben, über Impfpflicht und Impfzwang entstehen gar nicht aus sachlichen Gründen. Sie entstehen, weil Aushandlungsprozesse für die Menschen undurchsichtig und intransparent sind. Wenn Menschen auch nur das Gefühl haben, etwas wird in Hinterzimmern entschieden, in Selbstgesprächen der Regierung oder in einer Art Nebenregierung namens Ministerpräsidentenkonferenz, dann ist für die Menschen nicht mehr erkennbar, an welcher Stelle ihre Interessen eigentlich vorkommen und in den Aushandlungsprozess einbezogen werden. Deshalb sollten auch Sie ein ureigenes Interesse daran haben, die Geländegängigkeit Ihrer Argumente hier auf offener Bühne in der parlamentarischen Beratung zu erproben, meine Damen und Herren. Eine Richtigkeitsgarantie haben auch Parlamentsgesetze nicht. Der Fortschritt der Wissenschaft schreitet voran. Aber Änderungen, Frau Kollegin Mark, im Gesetz können wir genauso hier vornehmen wie die Regierung Änderungen in der Verordnung. Da gibt es keinen Unterschied. Wir sind es doch, die vor Ort verantworten müssen, was in Gesetzen steht. Wir bekommen doch als Abgeordnete die Briefe aus dem Wahlkreis von Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmern und Arbeitnehmern. Die Regierung ist manchmal ganz, ganz weit weg. Wir Abgeordnete werden vor Ort angesprochen, angerufen und angeschrieben. Wir sitzen dann im Wahlkampf auf dem Podium. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, deshalb gehören diese Debatten in dieses Parlament. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Stefan Thomae. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke, Dr. Gesine Ritter. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Impfen ist Vertrauenssache. Und in einer solchen Krise ist Vertrauen die härteste Währung. Aber Vertrauen schafft man nur mit Transparenz und demokratischer Willensbildung in den Parlamenten, also vor den Augen der Öffentlichkeit. Und das fordern wir ein. Die Bundesregierung will uns mit einer Corona-Impfverordnung wieder vor vollendete Tatsachen stellen. So schaffen Sie nicht mehr Vertrauen. Der Wissenschaftliche Dienst hat doch ganz klar gesagt, eine solche Regelung ist Aufgabe des Parlamentes und nicht der Bundesregierung. Und wir haben doch schon so oft bewiesen in diesem Parlament, wie schnell es möglich ist, Gesetze zu beschließen. Das sollten wir auch in diesem Fall tun, meine Damen und Herren. Denn ein demokratisches Gemeinwesen verträgt keine Geheimnisturerei. Und wir brauchen jetzt auch mehr Transparenz und mehr offene Diskussionen, die auch Widersprüche zulasten. Und es werden ja auch Widersprüche aufgemacht und Stimmung. Die Bild-Zeitung zum Beispiel hat Stimmung gemacht und fordert eine schnelle Notzulassung des Impfstoffes. Davor können wir nur warnen. Wir sagen, Sicherheit geht vor Schnelligkeit, meine Damen und Herren. Und wir dürfen auch nicht übersehen, dass es Impfskeptis gibt in unserem Land. Ich gehöre ausdrücklich nicht zu den Skeptikern. Aber ich möchte auch möglichst viele Menschen zu überzeugen. Ansonsten ist die Impfung ja für viele wirkungslos. Wir brauchen viele, die sich impfen lassen wollen, meine Damen und Herren. Und wir dürfen auch in dieser Diskussion nicht übersehen, dass die Hauptlast der Pandemie die Menschen tragen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Und die sehen auch vor Ort, wie das Gesundheitswesen in den letzten Jahren kaputtgespart worden ist, wie vieles auf Profit ausgerichtet wurde. Das muss ich jetzt endlich ändern, meine Damen und Herren. Die Hauptlast im Gesundheitswesen tragen die Krankenschwestern und Pflegerinnen und Pfleger. Es sind in der Mehrheit Frauen, die sich besonders häufig wegen ihrer Arbeit anstecken und hart von der Krankheit getroffen werden. Sie müssen wir schützen, umfassend schnell und nachhaltig, meine Damen und Herren. Und wir wissen doch alle, die Pharmaindustrie handelt nicht uneigennützig. Es ist ein Markt nicht nur von Millionen, sondern von Milliarden Euro. Und darum brauchen wir eine Bundesregierung und vor allen Dingen auch eine EU-Kommission, die entschieden die Interessen der Bürgerinnen und Bürger vertritt. Aber was erleben wir? Die EU-Kommission will die Verträge mit Pharmaunternehmen mit Verweis auf das Geschäftsgeheimnis nicht offenlegen. Ich denke, wir dürfen niemals hinnehmen, dass Geschäftsgeheimnisse von Konzernen schwerer wiegen als das berechtigte Informationsinteresse der Bevölkerung. Es kann doch nicht sein, dass Hunderte Millionen öffentlicher Mittel in die Entwicklung und Produktion von Impfstoff investiert werden und wir dann mit dem Schlagwort Geschäftsgeheimnisse abgespeist werden sollen. Das werden wir niemals hinnehmen, meine Damen und Herren. Die Nationale Akademie der Wissenschaft, die Leopoldina, fordert die Priorisierung, also die Reihenfolge der Impfungen, medizinischen, ethischen und rechtlichen Prinzipien folgen zu lassen. Das ist richtig. Aber ich möchte noch ein Kriterium hinzufügen, nämlich das Soziale. Eine Studie, selbstverständlich, natürlich, das ist richtig, Eine Studie des Universitätsklinikums Düsseldorf zeigt, ärmere Menschen sind besonders stark von Covid-19 betroffen. Und Menschen, die Hartz-IV beziehen, hatten ein um 84 Prozent erhöhtes Risiko, mit der Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden zu müssen. Wenn also jetzt die Frage gestellt wird, wer zuerst geimpft werden muss, dann sagen wir, wir müssen auch die Menschen schützen, die in prekären Verhältnissen wohnen und arbeiten. Das muss unstrittig sein, meine Damen und Herren. Und unstrittig ist doch auch, wer jeden Tag im Homeoffice wichtige Corona-Verordnungen schreibt, ist nicht an erster Stelle gefährdet, sich anzustecken. Das ist viel gefährlicher für Menschen, deren Beruf es erfordert, täglich andere zu treffen, wie Busfahrerinnen, Verkäufer, Paketboten. Und auch geflüchtete Menschen, die sich in Massenunterkünften befinden, sind besonders gefährdet. Diese müssen wir schützen, und zwar in unser aller Interesse, meine Damen und Herren. Und, meine Damen und Herren, wir wollen eine solidarische Globalisierung. Es kann nicht die Idee sein, dass Impfdosen, die in Deutschland und in der EU nicht gebraucht werden, armen Staaten zur Verfügung gestellt werden. Wir brauchen einen ethischen und einen sinnvollen Weg. Denn allein die Kühllogistik, die man für den Impfstoff, der jetzt in Rede steht, braucht, ist in vielen ärmeren Ländern überhaupt nicht möglich. Und darum müssen wir die Entwicklung von Impfstoffen fördern, die auch bei 30 Grad in der Sonne funktionieren. Eine Voraussetzung dafür ist, dass endlich der Patentschutz aufgehoben wird, damit ärmere Länder den Impfstoff auch kostengünstig herstellen können. So geht solidarische Globalisierung. Dafür steht Die Linke. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Gesine Lötzsch. Ich danke Ihnen. Nächster Redner für Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Janosch Dahmen. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Die rasante Entwicklung eines wirksamen Impfstoff gegen das SARS-CoV-2-Virus ist ein beeindruckender Erfolg der Wissenschaft und ein Zeichen für eine funktionierende internationale Forschungszusammenarbeit. Zum ersten Mal wurde in so kurzer Zeit ein sicherer und wirksamer Impfstoff gegen ein neuartiges Virus entwickelt, und als Arzt kann ich Ihnen versichern, dass die Impfung das effektivste Mittel zum Schutz der Menschen vor einem Virus ist. Deshalb möchte ich zuallererst den Forscherinnen und Forschern meine große Anerkennung aussprechen. Danke für diese herausragende wissenschaftliche und medizinische Leistung. Der Impfstoff ist auf lange Sicht gewiss der zentralste Baustein im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Daran besteht kein Zweifel. Aber ich warne ausdrücklich davor, den Beginn der Impfung zum Sieg über das Virus zu verklären. Nur weil der Impfstoff da ist, ist das Coronavirus nicht plötzlich weg. Die Verfügbarkeit von Impfstoff zeigt ein Licht am Ende des Tunnels. Aber wir sind eben noch nicht am Ende des Tunnels. Wir haben noch eine ziemlich lange Durststrecke vor uns, und für diese Zeit brauchen wir ein realistisches Erwartungsmanagement. Es wird Monate dauern, bis eine Mehrheit der Impfwilligen tatsächlich geimpft ist. Das heißt eben auch, wir brauchen eine mittelfristige Strategie für die Phase zwischen Verfügbarkeit und Verimpfung der Impfstoffe bis zum Erreichen einer adäquaten Impfquote. Diese Übergangsstrategie sollte meiner Meinung nach aus drei Bausteinen bestehen. Erstens testen. Wir müssen Schnelltests großflächig, aber zielgerecht einsetzen. Zweitens. Nachverfolgung. Wir müssen die Gesundheitsämter endlich durch eine Zwischenebene im Krisenmanagement entlasten, damit sie die Kontaktnachverfolgung auch bei hohlen Zahlen besser bewältigen können. Hier sollten wir auch dringend längst überfällige Nachbesserungen bei der Corona-Warn-App vornehmen, um eine wirkliche Nachverfolgung auch hier möglich zu machen. Und drittens. Schutzmaßnahmen. Wir sollten die Bürgerinnen und Bürger jetzt eine ehrliche und mittelfristige Perspektive durch klare Risikostufen geben, welche Maßnahmen ab welchem Risikoniveau wo in Deutschland greifen. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, testen, tracing und schützen, das sind die wichtigsten Bausteine für die Zeit zwischen Shutdown und Impfschutz. Der Impfstoff ist ein enormer Fortschritt, aber er ist eben leider auch kein Zauberstab. Und deswegen brauchen wir so dringend eine systematische nationale Strategie für die kommenden Monate mit klaren Risikostufen. Einheitlichkeit ohne Gleichzeitigkeit lautet hier die Losung. Ich warne ausdrücklich davor, die Impfung jedoch nur als logistisches Problem zu sehen. Nein, Impfen ist in allererster Linie eine kommunikative Herausforderung. Eine Umfrage von heute zeigt, dass aktuell weniger als 50 Prozent der Bevölkerung sich impfen lassen wollen. Im Frühjahr waren das noch 80 Prozent. Und das heißt nicht nur die Bundesregierung, sondern wir alle hier im parlamentarischen Prozess als Multiplikatoren in der Gesellschaft müssen sagen, wir müssen die Bürgerinnen und Bürger von der Wichtigkeit dieser Impfung gemeinsam überzeugen. Die hohe Anzahl in Impfzentren nützt wenig, wenn die Impfbereitschaft der Menschen niedrig ist. Wir werden nur dann viele Menschen mit dem Impfstoff immunisieren können, wenn wir den Impfstoff selbst gegen Misstrauen immunisieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als jemand, der bis vor wenigen Tagen und Wochen in der Beatmung, in dem Versorgen mit Notfällen und Intensivpatienten zu tun hat, es ärgert mich nicht nur, es macht mich fassungslos, wenn hier mit Halbwahrheiten und Schreckensgeschichten, die der Impfstoff in den Dreck gezogen werden soll und letztlich mehr Verschwörungstheorien in Telegram-Gruppen bedient werden sollen, als Aufklärung zu betreiben, als Verantwortung zu übernehmen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, gegen solch eine Haltung sollten wir uns stellen. Sie setzen Menschenleben in diesem Land auf dem Spiel. Und angesichts von tausend Toten kann ich es nicht mehr verstehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nur gemeinsam erreichen wir mit einer transparenten und vertrauensvollen Umgang mit diesem Impfstoff wirklich das Ziel. Wir müssen auch über Nebenwirkungen sprechen, die zwar selten sind, die auch nicht schwer sind, aber die vorkommen. Wir sollten hier ehrlich bleiben und die Menschen mitnehmen. Und ich sage Ihnen, nur durch Ehrlichkeit, Transparenz und Aufklärung werden wir weiterkommen. Und neben einer vertrauensschaffenden Kommunikation und funktionierenden Logistik brauchen wir für die Impfstrategie noch weitere Komponenten, und zwar das Monitoring, das funktionieren muss. Die Impfung findet ja nicht wie gewohnt in Hausarztpraxen statt, sondern in Impfzentren. Damit fallen die eingeübten Erfassungssysteme aus. Diese sind aber notwendig, um zu überprüfen, ob wir die avasierte Impfquote erreichen oder nicht. Zum Monitoring gehört außerdem, dass wir den Geimpften mit diesen in Kontakt bleiben, und jeder und jede Geimpfte muss wissen, an wen oder wer sich wenden kann, wenn er eine Unverträglichkeit oder ein Problem hat. Auch das sind vertrauensbildende Maßnahmen. Hier müssen wir konsequent sein. Denn Vertrauen der Menschen ist bei dieser groß angelegten Impfkampagne unsere allerwichtigste Ressource. Das sollten und dürfen wir nicht durch Fehler in der Vorbereitung aufs Spiel setzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Janosch Dahmen. Ich danke Ihnen. Jetzt hat das Wort für die Bundesregierung Minister Jens Spahn. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sie sind gerade harte, schwierige Zeiten für viele Menschen in Deutschland. 952 Tote, die binnen 24 Stunden aufgrund von Corona gemeldet worden sind. Als wollte uns dieses Virus am Tag der zusätzlichen Einschränkungen des verstärkten Lockdowns, des Herunterfahrens unserer Gesellschaft daran erinnern, wie wichtig es ist, was wir jetzt tun, dass es darum geht, Kontakte zu reduzieren und die Infektionsdynamik zu brechen, es diesem Virus im Alltag so schwer zu machen, wie es eben geht, um Gesundheit zu schützen und Leben zu retten. Es sind schwierige Tage und gleichzeitig Tage, die auch Anlass für Zuversicht geben, für Hoffnung, weil Licht am Ende des Tunnels ist. Das ist nicht nur Pfeifen im Walde, sondern begründete Hoffnung mit Blick auf den Impfstoff. Ein Impfstoff, der so schnell da ist wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte bei einem neuen Virus. Impfen ist Fortschritt. Das sehen wir mit diesem Impfstoff. Und es ist auch eine deutsche Erfolgsgeschichte mit diesem ersten Impfstoff aus Mainz. Auch das darf uns hier im Deutschen Bundestag ein Stück stolz machen, dass dieser Impfstoff aus Deutschland für die Welt zusätzlich Gesundheit und Sicherheit gibt. Und da wundere ich mich schon über manche Debatte dieser Tage. Zum einen zur Frage der Zulassung. Wir haben uns sehr bewusst übrigens schon vor längerer Zeit gegen eine Notzulassung entschieden und sehr bewusst für den Weg einer ordentlichen Zulassung. Nichts ist wichtiger, gerade beim Impfen, als Vertrauen. Und der Weg eben zur Zulassung, der Weg, wie geprüft wird, dass ordentlich und gründlich geprüft wird, dass es weltweit die erste ordentliche Zulassung für diesen Impfstoff gibt, das ist eine sehr bewusste Entscheidung. Und es ist zweitens eine gemeinsame Entscheidung, diesen Weg europäisch zu gehen. Denn ja, Frankreich, Deutschland, Niederlande, sie hätten ohne Zweifel, wir hätten ohne Zweifel auch alleine den Impfstoff beschaffen können, fördern können, zulassen können. Aber wir haben uns sehr bewusst entschieden, europäisch gemeinsam diesen Weg zu gehen. Das Wir ist stärker als das Ich. Das gilt in dieser Pandemie im Alltag, im Aufeinander Acht geben. Das gilt aber eben auch in der europäischen Solidarität. Wir beschaffen diesen Impfstoff zusammen, damit alle 27 ihn zum gleichen Zeitpunkt zur Verfügung haben. Wir fördern gemeinsam die Entwicklung und wir machen auch eine gemeinsame Zulassung im besten europäischen Geist. Und die Impfstrategie, die Ihnen vorliegt, die nationale Impfstrategie der Bundesregierung, die wir dem Bundestag schon vor einiger Zeit auch zur Verfügung gestellt haben, die immer weiterentwickelt wird, liegt klar da, wer für was zuständig ist. Der Bund beschafft, organisiert den Rahmen, setzt auch den rechtlichen Rahmen, die Länder und die Kommunen im föderalen Miteinander organisieren, die Impfzentren, die mobilen Teams, die konkrete Impfung zusammen mit vielen, vielen unterstützenden Händen vor Ort. Sie sind im Übrigen auch jetzt für die Erstimpfung zuständig, für die Terminvergabe in einem föderalen Miteinander mit Unterschieden zwischen den Ländern, immer auch angepasst auf die jeweilige geografische und demografische Situation. Es ist klar, wer macht was. Und für diese Klarheit ist auch wichtig, wer wird zuerst geimpft. Denn ja, wir werden am Anfang nicht ausreichend Impfstoffe haben für alle, die geimpft werden wollen. Und, Herr Kollege, der Deutsche Bundestag hat eine gesetzliche Grundlage mit dem Dritten Bevölkerungsschutzgesetz gelegt, sonst könnten wir ja gar nicht als Bundesregierung agieren. Und er hat in dieser Grundlage auch priorisiert, nämlich insbesondere besonders verwundbare, insbesondere die Älteren, insbesondere diejenigen, die im Gesundheitswesen arbeiten, insbesondere das Aufrechterhalten der öffentlichen Ordnung. Diese vier Kriterien, diese vier Gesichtspunkte, diese vier Gruppen hat der Deutsche Bundestag ins Gesetz geschrieben und gleichzeitig gesagt, für die weitere Ausgestaltung gibt es ein transparentes Verfahren. Ich finde ehrlicherweise den Eindruck, den Sie, ich meine, immer während wir die Debatte führen, beklagen Sie sich, dass wir die Debatte nicht führen. Also es ist, es ist ein transparentes Verfahren, auch klar beschrieben mit Stellungnahmen der STIKO, der Ständigen Impfkommission, die wir auch, ich war ja selbst im Ausschuss für Gesundheit, zur Sondersitzung nur zu diesem Thema mit dabei, gemeinsam diskutiert und erörtert haben, auch heute Morgen nochmal. Ich habe mich übrigens sehr bewusst entschieden, die Rechtsverordnung erst nach den Bundestagsdebatten heute und morgen zu unterzeichnen, weil ich es wichtig finde, auch die Debatte mit einfließen zu lassen. Aber bei aller Frage über die Grundlage habe ich den Eindruck, dass es eine sehr, sehr große Mehrheit hier auch im Deutschen Bundestag und in der Gesellschaft dafür gibt, wie es auch wissenschaftlich hergeleitet ist, die besonders verwundbaren, die Älteren, die Menschen in den Pflegeheimen, die über 80-Jährigen, diejenigen, die sie pflegen und unterstützen, zuerst zu impfen. Da gibt es einen großen Konsens in Deutschland und das ist auch gut in dieser Frage. Und das alles ist eben transparent auch hergeleitet. Die Ständige Impfkommission, die Experten haben uns dargelegt, auch welchen Unterschied es macht, ob sie diese Gruppe oder diese Gruppe zuerst impfen für Hospitalisierung, für die Frage der Intensivmedizin, für die Frage, wie viele Todesfälle eben aus Infektionszahlen bei einer bestimmten Bevölkerungsgruppe entstehen können. Und deswegen ist das genau der richtige Ansatz, eine gesetzliche Grundlage, ein Prozess transparent und übrigens auch gesetzlich beschrieben, mit Stellungnahmen, die dann eben einfließen auf wissenschaftlicher Basis und am Ende dann eine Entscheidung legitimiert durch den Bundestag, durch die Bundesregierung, die dann auch an die jeweilige Lage angepasst werden. Das heißt also, in diesen schweren Tagen, in diesen Tagen, wo das Virus uns noch mal sehr, sehr klar vor Augen führt, wie hart es auch zuschlagen kann, gerade in den Alten- und Pflegeheimen, wie gefährlich es gerade für die Älteren ist. In diesen schweren Tagen gibt es gleichzeitig auch Anlass zur Zuversicht. Impfen ist der Weg raus aus dieser Pandemie und wir sind auf diesem Weg gut vorbereitet. Vielen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Steffen Kautry von der AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Minister Spahn! Die von ihm eben zitierte öffentliche Ordnung, die stören Sie ja. Sie erlassen Gewerbeverbote und Sie schränken die bürgerlichen Freiheiten ein, obwohl Sie selber ja noch gesagt haben, das nutzt gar nichts, das wird also nichts bringen. Sie selber haben gesagt, nein, es war also völlig kontraproduktiv, Friseursalons und Einzelhandel zu schließen, machen aber jetzt genau das Gegenteil, wie eben die Bundesregierung und die Länder auch. Und da frage ich mich schon, was hier vorgeht. Und wenn wir zum Impfstoff kommen, ja, es wäre sehr schön, wenn wir einen guten Impfstoff hätten. Allein, wir haben Zweifel daran, bei einer herkömmlichen Impfung, da werden also geschwächte Erreger initiiert und der Körper lernt eben Abwehrmechanismen aufzubauen. Die Testphase dauert so sechs bis zehn Jahre, meine Damen und Herren. Das ist der notwendige Standard, der jetzt aber nicht eingehalten wird. Und Nebenwirkungen können eben aus meiner Sicht bis heute aktuell noch nicht ausgeschlossen werden und die Wirksamkeit ist für uns noch nicht ganz klar ersichtlich. Und dieses Verfahren ist eben auch ein Verfahren, was in die Gene eingreift, also ein gentechnisches Verfahren. Wir haben es also eher mit einem Experiment zu tun, denn mit einer Impfung. Und den Menschen da draußen müssen Sie mal erklären, warum ihre Angst unbegründet ist. Für mich ist klar, diese Angst besteht und aus den genannten Gründen. Und weil wir diesen Impfstoff im Prinzip hier nicht ausgereift vorliegen haben, aus meiner Sicht eben auch nicht so schnell anwenden können. Bitte überzeugen Sie mich vom Gegenteil. Also ich wäre sehr gern auch dabei, vom Gegenteil überzeugt zu werden. Und diese Impfschäden sind ja leider auch Realität. Die haben wir ja auch aus der Vergangenheit gehabt. Es kommt ja nicht vom Himmel geflogen. Und das Robert-Koch-Institut hat ja schon vor zehn Jahren diese Schweinegrippe eben maßlos übertrieben, hysterisch übertrieben. Und genau das Gleiche passiert ja hier heute. Diese Hysterie, die im Zusammenhang mit Corona passiert. Ja, Corona ist schwerwiegend, schwerwiegender als eine normale Grippe. Ja, aber wir kommen mit Hysterie hier nicht weiter. Und wenn die Menschen im Gesundheitssystem gerade sich nicht impfen lassen wollen, überproportional, dann spricht das doch Bände. Die müssen das doch wissen. Gibt ihnen das nicht zu denken. Und an dieser Stelle warne ich auch vor einem Impfzwang. Gut, heute wurde gesagt, der kommt nicht. Gut. Aber es droht ein faktischer Impfzwang, nämlich von Unternehmen, die Menschen nicht bedienen wollen, die nicht geimpft sind. Und da fordere ich den Gesetzgeber auf, hier durchzugreifen. Unternehmen dürfen hier keinen faktischen Impfzwang verhängen, meine Damen und Herren. Wir werden am Jahresende 20.000, 30.000 Tote haben mit oder an Corona. Wir wissen es nicht. Das RKI hat ja gesagt, wir wollen die Toten nicht weiter untersuchen. Schade eigentlich, sonst würden wir hier mehr wissen. Wir haben Tote aufgrund von multiresistenten Krankenhauskeimen pro Jahr circa 20.000 bis 20.000. Und hier geht es eben auch ohne Hysterie ab. Und wir lösen das Problem eben ohne Hysterie. Oder nehmen Sie die Grippetoten. 2017, 2018 war etwa die gleiche Anzahl, auch ebenfalls ohne Hysterie. Und wir sagen an dieser Stelle, wir wollen das Ganze eben ohne Hysterie begleitet sehen. Wir kennen die Risikogruppen. Wir wissen aber mittlerweile aus einer Studie auch der Ludwig-Maximilians-Universität, dass eben in der Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen eine Untersterblichkeit besteht. Wo hören wir das denn schon mal? So etwas hören wir eben nicht. Es wird eben diese Hysterie geschürt, die wir hier ablehnen. Und Demokratie zeichnet sich dadurch aus, dass wir differenzieren, meine Damen und Herren, je nach Situation, je nach Bedürfnissen. Und die Corona-Maßnahmen müssen ebenso differenziert sein. Risikogruppen schützen, ja, den Rest der Bevölkerung, aber nicht die Freiheit nehmen. Und das Gewerbeverbot, das ist völlig sinnlos und hat keinen Einfluss auf Corona. Wir sehen das am Beispiel von Schweden. Schweden liegt sogar besser, was die Anzahl der Corona-Toten anbelangt, und hat eben keine Gewerbeverbote, meine Damen und Herren. Man steckt sich zu Hause an, bei den Familien und am Arbeitsplatz, aber nicht beim Friseur, auch nicht bei kulturellen Veranstaltungen, meine Damen und Herren, zumal dort ja auch Hygienekonzepte greifen. Und in diesem Zusammenhang können wir eben diese schwerwiegenden Eingriffe in die persönliche Freiheit und die Gewerbefreiheit durch eine vom Grundgesetz nicht legitimierte Küngelrunde der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin durchaus als Corona-Diktatur bewerten, meine Damen und Herren. Und was sehen wir? Wir werden sehen, dass wir massenhaft Unternehmen in die Pleite treiben. Wir sehen, dass wir massenhaft mehr Arbeitslose hätten. Bruttoinlandsprodukte senken um 6 bis 10 Prozent. Die EZB rechnet damit, dass bis zu 1,4 Billionen Euro Kredite platzen werden. Das sind alles Dinge, die wir gar nicht haben bräuchten, wenn man differenziert und vor allen Dingen ideologiefrei agieren würde. Das ist aber leider mit dieser Bundesregierung und mit den Ländern nicht zu machen. Diese Maßnahmen schädigen die Wirtschaft weiter. Es gibt zwar Geld vom Staat, das wird aber einfach gedruckt. Wir werden Inflation haben, wir werden Zombie-Unternehmen sehen und wir werden schrittweise gegenüber anderen Regionen in der Welt wirtschaftlich zurückfallen. Unser Wohlstand wird massiv weiter geschädigt, mehr als wir das bisher gesehen haben. Wir sagen Nein zum Impfzwang, Nein zu Gewerbeverboten und Einschränkungen der persönlichen Freiheit, aber wirksamen Schutz der Risikogruppen. Dankeschön. Vielen Dank. Das Wort geht an die Bundesministerin Anja Karliczek. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Dass es sich bei Covid nicht um eine schlichte Grippe handelt, ich glaube, das kann man in den Krankenhäusern sehen. Das, finde ich, ist hier völlig zu wenig gewürdigt worden. Wir haben es mit einer Situation zu tun, wie wir sie zu unserer Lebzeiten noch nicht gekannt haben. Ich glaube, der Dimension muss man sich einmal langsam im Klaren sein. Bei aller Diskussion, die wir hier um die nationale Impfstrategie führen, sollten wir an allererster Stelle einmal dankbar und erleichtert sein, dass wir demnächst impfen können wahrscheinlich und dass die Entwicklung von Impfstoffen mit massiver Unterstützung der Bundesregierung so schnell erfolgreich war. In diesem Land haben sich Firmen, Menschen und Wissenschaftler mit all ihrem Können, mit all ihrer Kraft der Entwicklung von Impfstoffen gegen Covid-19 gewidmet, und sie sind sichtbar erfolgreich. Noch nie waren Unternehmen so schnell bei der Entwicklung von Impfstoffen, und dass jetzt ein deutsches Unternehmen zusammen mit einem amerikanischen, der Welt einen der ersten Impfstoffe auf den Markt gebracht hat, darf uns als Land auch ein klein wenig stolz machen. Einigen geht die Zulassung des Impfstoffes nicht schnell genug. Aber es geht nicht um nationale Wettläufe. Für die Bekämpfung der Pandemie ist es wichtig, dass der Impfstoff Vertrauen genießt. Der Kollege Spahn hat das, glaube ich, eben auch schon klargemacht. Er muss sicher sein, er muss wirksam sein, und genau darauf muss Verlass sein. Deswegen ist das Prüfniveau qualitativ so, wie es eben auch sonst üblich ist bei der Zulassung von Impfstoffen. Erst wenn zweifelsfrei Sicherheit und Wirksamkeit geklärt sind, wird ein Impfstoff zugelassen. Das ist die Voraussetzung für das Vertrauen der Menschen. Die Voraussetzung, dass sich ausreichend Menschen auch impfen lassen wollen, und darauf kommt es an, wenn wir die Pandemie überwinden wollen. Nach der Zulassung des Impfstoffs werden weiter Sicherheit und Wirksamkeit kontinuierlich überprüft, und weitere Probandengruppen wie Kinder und Schwangere werden in die Prüfungen eingeschlossen. Fragen werden gestellt, wie lange wirkt die Impfung schützt sie auch gegen die Weitergabe des Virus an Dritte. All das wird in den nächsten Monaten weiter ganz genau erforscht. Dabei geht es auch nicht nur um einen Impfstoff. Um die Pandemie unter Kontrolle zu bringen, brauchen wir mehrere Impfstoffe. Der Bedarf ist weltweit groß. Es kann Unterschiede bei Verträglichkeit und Wirksamkeit für bestimmte Personengruppen geben. Vielleicht ist einer besonders gut für ältere Menschen geeignet, ein anderer für eine bestimmte andere Risikogruppe. Und darum, je breiter das Angebot ist, desto besser. Wir haben von Beginn an als Bundesregierung auf verschiedene Impfstoffkandidaten gesetzt. Drei deutsche Unternehmen haben davon profitiert, neben Biontech, CureVac und IDT Biologica. Und auch von CureVac gibt es in diesen Tagen vielversprechende Nachrichten. CureVac plant in den nächsten Tagen den Start einer großen klinischen Phase-III-Prüfung des Paul-Ehrlich-Instituts hat sie schon genehmigt. 36 000 Probanden sollen daran teilnehmen, und zwar in elf verschiedenen Ländern. Wir hoffen, dass alle drei deutschen Firmen ihre Impfstoffkandidaten bis zur Zulassung bringen. Denn man kann mit Fug und Recht sagen, impfen zu können, gehört zu den größten Errungenschaften der Gesundheitsforschung. Und trotzdem ist auch mit einem Impfstoff nicht alles gut. Wir werden nur eine Weile mit der Pandemie leben müssen. Und das heißt auch mit Patienten in Krankenhäusern und auf Intensivstationen. Und für sie brauchen wir Medikamente. Die Forschung hat in den vergangenen Monaten überprüft, ob vorhandene Arzneimittel gegen Covid-19 wirken. Die Ergebnisse waren überwiegend ernüchternd. Parallel haben Forscher daran gearbeitet, neue Medikamente zu entwickeln. Und diese Medikamente werden wir kurzfristig nochmals fördern, so wie wir es bei der Impfstoffentwicklung getan haben. Denn Medikamente sind ein wichtiger Bestandteil einer Therapie. Und Behandlungsdaten zu erheben schafft ebenfalls spürbaren Fortschritt für die Patienten. In einem Projekt des Netzwerks Universitätsmedizin werden Behandlungsdaten von 36 000 Patienten erhoben und zusammengeführt. Und damit bekommen wir weitere Erkenntnisse zum Verlauf der Krankheit und ihrer Behandlung. Best Practice Wissen, damit die Menschen in Deutschland, in München wie in Dresden, in Flensburg wie in Aachen die gleichen Chancen auf gute Behandlung haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, 2020 hat uns sehr bewusst gemacht, dass wir als Land und in Europa für die Zukunft eine bessere Präventionsstrategie benötigen. Dazu gehört aus meiner Sicht der Aufbau eines schlagkräftigen europäischen Förderregimes in der Gesundheitsforschung. Konkret brauchen wir eine europäische Agentur für die Medikamenten- und Impfstoffentwicklung nach dem Vorbild einer BADA in den USA. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort geht an Heike Behrens von der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vorrang für die Pflege, das ist die klare Botschaft der Ständigen Impfkommission. Nicht Bevorzugung ist das, auch nicht Privilegierung, nein Vorrang. Wohl begründet, in öffentlichem Diskurs und transparent ist die STIKO zu dem klaren Ergebnis gekommen, dass die Älteren in unserem Land und alle, die in der Pflege arbeiten, in Krankenhäusern, in stationären oder ambulanten Pflegeeinrichtungen, als Erste die Möglichkeit erhalten sollen, sich impfen zu lassen. Das ist richtig so. Denn Sie sind seit Monaten einer extremen Belastung ausgesetzt und leisten Ihre wichtige Arbeit ständig in der Sorge, womöglich selbst das Virus zu verbreiten oder die eigene Gesundheit zu gefährden. Das klare Votum der STIKO unterstreicht den hohen Stellenwert der Beschäftigten in der Pflege und ihre Schlüsselrolle im Gesundheits- und Infektionsschutz. Während die meisten von uns nun langsam sich auf die Weihnachtsfeiertage einstimmen, wird das Personal in Pflegeheimen, in den Krankenhäusern und in den ambulanten Diensten weiter unter Stress stehen. Tag und Nacht, auch an den Feiertagen, werden Sie weiter zuverlässig Menschen versorgen und auch um das Leben von Menschen ringen. Voller Sorge blicke ich auf die nächsten Wochen, denn die Zahl der schwer Erkrankten steigt stark. In Pflegeeinrichtungen nimmt die Virusbelastung zu, und Personalengpässe werden sich weiter verschärfen. Erst heute Morgen hat die Vizepräsidentin des Deutschen Pflegerats, Christine Vogler, im Morgenmagazin angesichts dieser Lage in einem dringenden Appell ehemalige Kolleginnen und Kollegen dazu aufgerufen, sich zur Verfügung zu stellen und das Gesundheitssystem zu unterstützen, da erhält das Wort Notbetreuung eine noch mal vertiefte Bedeutung. Denn es wird alles darauf ankommen, Fachkräfte zu schützen und zu unterstützen. Darum muss klar sein, dass diejenigen, die Kinder haben, sie müssen sich darauf verlassen können, dass sie gut aufgehoben sind und auch dann, wenn dies in der Familie gerade in dieser Zeit und auch über die Feiertage womöglich nicht gestemmt werden kann. Darum appelliere ich ausdrücklich und nachdrücklich an die Länder und Kommunen, sorgen Sie vor. Überlegen Sie gemeinsam mit Ihren Krankenhäusern und Pflegeanbietern, was gebraucht wird. Entwickeln Sie Betreuungsangebote ohne große Hürden, aber in guter Qualität. Denn in vielen Regionen zeichnet sich ab, dass wirklich jede Kraft gebraucht wird. Ein sehr gutes Signal, das nun bald geimpft werden kann. Ich denke, es macht uns allen Hoffnung. Deshalb wünsche ich mir sehr, dass diejenigen, die in der Pflege arbeiten, diese Chance nutzen und eben auch tatsächlich unsere Impfzentren so schnell wie möglich aufsuchen und sich impfen lassen. Auch wenn die mobilen Impfteams dann zum Einsatz kommen, was mit Sicherheit noch eine große logistische Herausforderung darstellt, dann, denke ich, wird es vorangehen. Ich hoffe, dass es gelingt, auch möglichst viele Menschen zeitnah diese Impfung zukommen zu lassen. Christine Vogler hat übrigens auch an uns alle einen Appell gerichtet und klargemacht, wie jede und jeder Einzelne von uns dazu beitragen kann, kranke und alte Menschen, seine Familie und vor allem auch das Personal in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zu schützen, nämlich indem wir uns an die Regeln halten, indem wir Maske tragen, Hände waschen, zu Hause bleiben, wo immer das möglich ist. Das sind doch ganz einfache Dinge, die wir alle beherzigen können. Die Pflege schützt uns. Lassen Sie uns gemeinsam die Pflege schützen. Der Vorrang der Pflege bei der Impfstrategie ist richtig und klug. Und ich denke, Pflege braucht auch in Zukunft Vorrang in der Politik. Vielen Dank. Danke schön. Das Wort geht an den Ministerpräsidenten als Vertreter des Bundesrates Michael Kretschmer. Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Deutschland als Rechtsstaat und Demokratie hat zurecht versucht, zunächst einmal mit milderen Mitteln diese große Pandemie, mit der wir wenig Erfahrung hatten, die uns alle extrem fordert, zu bekämpfen. Mit Kontaktbeschränkungen, mit Ermahnungen an die Bevölkerung, dann mit dem Schließen von einzelnen Wirtschaftsbereichen. Aber es hat nicht gereicht. Das große Ziel, dass Kindergärten und Schulen offen bleiben sollten, weil sie so wichtig sind für die Bildung und die Entwicklung, das haben wir nicht geschafft. Das zweite Ziel, und das ist eben nicht verhandelbar, das ist die medizinische Versorgung. Die Tatsache, dass zu jedem Zeitpunkt jeder, der in diesem Land in Not geraten ist, sei es wegen Covid-19 oder einem Verkehrsunfall, einem Schlaganfall oder anderen Dingen, das muss gewährleistet sein. Deswegen haben die Bundesregierung und die Bundesländer gemeinsam vereinbart, dieses Land jetzt mit dem heutigen Tag zur Ruhe zu bringen, dafür zu sorgen, dass es nur noch ganz wenige und wirklich absolut notwendige Kontakte gibt. Das ist uns nicht leicht gefallen. Aber wir haben gesehen mit dem Blick in die Krankenhäuser, wie dramatisch die Situation ist. Und wir brauchen gerade jetzt in den kommenden Wochen über Weihnachten und den Jahreswechsel einen großen Schulterschluss. Sie haben es gesagt, viele Menschen sind freiwillig aufgerufen und helfen mit in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen. Wir brauchen dieses Engagement. Wir brauchen das Engagement der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, die in diesem Jahr mehr gefordert werden als in anderen Zeiten, damit eben nicht so viele Menschen in die Krankenhäuser kommen. Und wir sind dankbar für die große Unterstützung der deutschen Soldatinnen und Soldaten, die in diesem Jahr Übermenschliches geleistet haben. Einen herzlichen Dank an die Bundeswehr, was die Kolleginnen und Kameradinnen und Kameraden alles gemacht haben für ihr Land. Das kann man gar nicht in so einer Rede ausdrücken. Meine Damen und Herren, so, so viele Menschen wachsen in dieser Zeit über sich hinaus. In den Pflegeheimen, in den Krankenhäusern. Wir sind dabei, die Impfzentren aufzubauen. Die Bundesländer arbeiten engagiert daran. In jedem Landkreis soll es ein Impfzentrum geben. Kassenärztliche Vereinigung, die Ärztekammern engagieren sich. Und auch die ganzen freiwilligen Organisationen vom DRK über die Malteser bis hin zum technischen Hilfswert. Es sind schwierige Entscheidungen gewesen, die wir alle in diesem Jahr miteinander treffen mussten. Und die auch Sie als Volksvertreter hier im Deutschen Bundestag getroffen haben. Und ich bin deswegen auch hierher gekommen, um das einmal zu würdigen. Denn die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern, zwischen den kommunalen Ebenen, über Parteigrenzen hinweg, ist etwas Beeindruckendes für mich und hat dieses Land durch diese schwere Zeit gebracht. Wir stehen zusammen über Parteigrenzen hinweg. Und wer diese Debatte heute verfolgt hat, der weiß nicht nur, wer ist intelligent, sondern wer meint es gut mit diesem Land und wer meint es nicht. Einen herzlichen Dank Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Treffen der Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung sind kein Klüngelkreis, sondern sind Ausdruck der Verantwortung, die Menschen über Parteigrenzen in diesem Land für ihr Land, für ihre Menschen haben. Und jede dieser Vereinbarungen, die dort in diesem Kreis getroffen ist, brauchte eine parlamentarische Legitimation hier bei Ihnen oder in den Landtagen. Aber dass das möglich ist, dass man in Deutschland so zusammensitzt, unterscheidet uns eben von anderen Ländern, beispielsweise auch von unseren polnischen Nachbarn. Und das macht uns stark. Sie, meine Damen und Herren, haben durch Ihre Entscheidungen dafür geholfen, dass dieser Impfstoff jetzt unmittelbar zur Verfügung steht. Sie haben dafür gesorgt, dass vielen Unternehmern und Selbstständigen geholfen werden kann. Sie haben dazu beigetragen, dass Kultur in diesem Land nicht vor die Hunde geht, sondern dass Sie eine Chance haben, dass es weitergeht. Und dafür gebührt Ihnen und Ihren Kollegen in den Landtagen ein großer Dank. Und wir müssen uns von niemandem, von wirklich niemandem, das zerreden lassen, von keinem Dummredner, von keinem Querredner, von niemandem. Dieses Land ist stark wegen seiner parlamentarischen Demokratie. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Martina Stamm-Fiebig von der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, als wir im März dieses Jahres zum ersten Mal über die Corona-Pandemie diskutiert haben, konnten wir nicht absehen und auch nicht ahnen, dass wir jetzt bis zum Ende des Jahres über einen zugelassenen Impfstoff gegen das Coronavirus verfügen. Jetzt ist es so gekommen, und für mich persönlich kann ich sagen, für mich ist es wie ein Weihnachtsgeschenk. Ich habe es nicht zu hoffen gewagt, dass wir an dem Punkt stehen. Es ist Freude für uns alle. Dieser Erfolg war nur möglich, weil sich Unternehmen, Forschungseinrichtungen und die öffentlichen Partner in einer gemeinsamen Kraftanstrengung der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus verschrieben haben. In diesem Zusammenhang haben wir das ganze Jahr immer und immer wieder betont, dass die Zulassung nur gehen kann, weil Sicherheit vor Schnelligkeit geht. Wir haben das immer wieder betont, und die EU hat deshalb unter unserer Zustimmung ganz bewusst sich gegen eine Notzulassung und für eine bedingte Zulassung entschieden. Der Erfolg dieser Impfung, und wir haben es schon ein paar Mal gehört, steht und fällt aber mit dem Vertrauen. Deswegen macht es mich so ärgerlich, was man da zu hören bekommt. Es ist einfach so unterirdisch und so unwissenschaftlich, was Sie hier gesagt haben, dass es beinahe schmerzt. Das Vertrauen darf nicht durch Kurswechsel oder durch so etwas beschädigt werden, denn wir wissen ganz genau, dass das Abweichen von unserer Strategie alle denen jenen Wasser auf die Mühlen gibt, gegen diese Impfung wettern. Deshalb ist es auch nicht wichtig, dass wir nicht jetzt Großbritannien und den USA hinterher eifern. Wir haben eine solide Datengrundlage, und jetzt einen Kurs zu ändern, wäre grundfalsch. Sollte am 21. Dezember tatsächlich die Zulassung der ersten Impfstoffe erfolgen, stehen wir vor weiteren gesellschaftlichen Erkulesaufgaben. Die Herausforderung besteht darin, den Impfstoff für Millionen von Bürgerinnen und Bürgern in kürzester Zeit zugänglich zu machen. Dafür haben wir den Aufbau von Impfzentren überall im Land bereits die Vorbereitungen getroffen. An vielen Stellen sind die Impfzentren am Start. Klar ist aber jetzt schon, dass wir nicht alle sofort impfen werden können, weil zu Beginn einfach nicht genug Impfstoff da ist. Deshalb sind wir gezwungen, eine Priorisierung vorzunehmen. Der Verordnungsentwurf gibt die Richtung hier ganz klar vor. Menschen, die ein besonders hohes Risiko für schwere oder tödliche Verläufe einer COVID-19-Erkrankung haben, müssen zuerst geimpft werden. Das Gleiche gilt für diejenigen, die beruflich besonders exponiert sind oder sehr engen Kontakt zu besonders gefährdeten Personen haben. Uns ist sehr wohl bewusst, dass sich manche Hochrisikopatientinnen und Patienten durch die Priorisierung in der Verordnung übergangen fühlen. Ich denke, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Schreiben sind auch bei Ihnen, und diese Zuschriften haben auch Sie in Ihrem Mail-Account. Ich bitte jedoch immer dabei, zu bedenken, dass wir dort als erstes helfen müssen, wo die Situation jetzt aktuell am schlimmsten ist. Ich spreche hier, Frau Kollegin Behrens hat es auch angesprochen, über die Altenpflege, die an manchen Orten kurz vor dem Zusammenbruch steht, aber auch von Krankenhäusern, die aktuell über die Belastungsgrenzen hinweg arbeiten. Die nun verfügbare Impfung wird dazu beitragen, die Situation peu a peu zu entschärfen. Aber ich warne davor, es wird noch ein ganz weiter Weg werden, bis wir wieder alles in Ordnung bekommen. Die desaströse Situation, in der wir uns befinden, zeigt wieder mal den eklatanten Personalmangel, den wir nun mal in der Alten- und Krankenpflege haben. Dieses Problem müssen wir alle miteinander langfristig lösen. Das Gleiche gilt auch für die Vielzahl an anderen Baustellen im System, die uns diese Pandemie schonungslos offengelegt hat. Ich hoffe, dass wir uns in einem Jahr in anderer Zusammensetzung und wie auch immer daran erinnern, was wirklich zu tun ist, aus was wir jetzt lernen ziehen können. Ich hoffe deshalb zum Wohl von uns allen, dass wir im neuen Jahr die richtigen Lehren aus der Pandemie ziehen und gestärkt in die Zukunft gehen können. Ich darf Ihnen von der Stelle aus sagen, ich bin froh, dass wir jetzt in die Pause gehen, denn für uns ist es auch nicht immer ganz leicht, hier unter den Gegebenheiten unsere Arbeit zu verrichten. Deshalb mein innigster Wunsch, dass wir uns nächstes Jahr alle hier gesund wiedersehen. Schöne Weihnachten! Vielen Dank! Das Wort geht an Herrn Dr. Georg Nüßlein von der CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin! Meine Damen, meine Herren! Katharina die Große hat sich im Jahr 1768 gegen Pocken impfen lassen und damit die erste große Impfkampagne angestoßen. Ich glaube, wenn man das hier so hört, was von interessierter Seite vorgetragen wird, dann brauchen wir auch eine Impfkampagne. Und, Herr Korte, es reicht schon, wenn man ein bisschen historisch bewandert ist, um, da muss man gar nicht Virologe sein, um zu merken, dass Impfen ein Segen für die Menschheit ist, dass von den Pocken damals bis heute zu Polio, zum Masern, wir Meilensteine erlebt haben in der Gesundung der Menschen. Es wäre schön, wenn Sie hier keinen Beitrag zur Verunsicherung der Menschen leisten würden, gar noch mit pseudowissenschaftlichen Beiträgen. Sie wissen ganz genau, dass man hier keinen Vortrag über RNA und Speichproteine halten kann. Sie tun nämlich hier ganz gezielt etwas in fünf Minuten, ein paar Schilder hochhalten, von wegen genmanipuliert und keiner weiß ja so genau, was das ist. Und es geht doch nur darum, die Menschen tief zu verunsichern und ihr politisches Geschäft an der Stelle zu machen. Und das ist schädlich, ganz schädlich, denn hier geht es nicht um irgendetwas, sondern es geht um Menschen, die uns sterben. Die Zahlen sind heute genannt und immerhin haben Sie jetzt ein bisschen vorsichtig angenäutet. Naja, es könnte ein bisschen mehr sein als die Grippe. Auch das ist etwas, wo ich sage, wie lange dauert das eigentlich, bis das bei Ihnen da oben ankommt? Wie lange dauert sowas? Wir regen von Priorisierung von der Frage, dass wir uns Gedanken machen müssen, wen wir zuerst impfen und Sie wagen es gleichzeitig, von einer Impfpflicht zu fabulieren. Das passt doch nicht zusammen. Ja, Sie tun zumindest so, als ob sowas gäbe. Das ist ganz gezielter Versuch, die Leute zu verunsichern. Nichts anderes. Priorisierung. Priorisierung ist doch das Gegenteil einer Impfpflicht, nämlich die Anerkenntnis, dass wir uns jetzt Gedanken machen, wer ist zuerst dran. Diese Gedanken hat sich der Bundestag schon vor der ganzen Weile gemacht, weil wir nämlich eine Verordnungsermächtigung erwirkt haben, wo wir ganz präzise gesagt haben, wer Vorrang hat. Genau diese Vorrangliste wird jetzt in dieser Verordnung durch den Bundesgesundheitsminister umgesetzt. Die Verordnung kommt zur rechten Zeit, denn er hat selber einen Beitrag dazu geleistet, Jens Spahn, dass jetzt früher geimpft werden kann, weil er auf die EMA rechtzeitig und massiv eingewirkt hat. Auch das sollte man mal anerkennen. Da sollte man mal einen Respekt aussprechen. Genauso wie das, was Sie vorhin gesagt haben, nichts mit Respekt gegenüber denen zu tun hat, die wissenschaftlich hochqualifiziert diesen Impfstoff entwickelt haben. Ich glaube, wenn ein Signal von dieser Debatte ausgehen muss, dann muss doch gerade das sein, dass wir sagen, wir erkennen das an, wir sprechen unter Respekt und unseren Dank den Wissenschaftlern aus, die bei BioNTech und Pfizer dafür gesorgt haben, dass wir jetzt relativ schnell impfen können. Und das gilt natürlich auch für die jetzt nachkommen. Ich hoffe, dass es etliche demnächst sind. Was das Verfahren angeht, so verstehe ich Herrn Thome, dass er schimpft und sagt, naja, die Opposition hat nicht ganz so viel zu melden bei der ganzen Geschichte. Sie dürfen aber sicher sein, dass wir auch bei der Gestaltung dieser Verordnung letztendlich mitwirken als Regierungskoalition. Ich sage das auch, weil die Grünen gelegentlich ein Gesetz an der Stelle fordern. Das passt auch nicht ganz hundertprozentig zusammen, dass Sie immer fabulieren von unabhängigen Räten, die man jetzt auch bei der Gelegenheit wieder aufstellen muss, einen Rat. Da müssen Sie sich schon entscheiden, wer es am Schluss machen soll, ein unabhängiges Gremium oder der Deutsche Bundestag. Ich glaube, das Verfahren, das wir haben, ist ganz gut. Der Bundestag legt die Grundsätze fest, die Details macht der Bundesgesundheitsminister und macht es so flexibel, dass wir das in einem Prozess, der übrigens eine ganze Weile dauern wird, auch entsprechend beeinflussen können. Die Vorräter haben ja richtigerweise betont, dass das Impfen nicht von jetzt auf gleich geht, sondern dass man auch vermutlich bei der Priorisierung noch ein bisschen nachsteuern wird müssen. Denn allein die höchste prioritäre Gruppe, heute schon mehrfach angesprochen, umfasst 8,6 Millionen. Und wir haben momentan einen Impfstoff in der Größenordnung für das erste Quartal von 1,1 bis 1,3 Millionen. Ich bin übrigens guter Dinge, dass das noch ein Stück mehr werden wird. Da setze ich auch auf unsere Unternehmen. Die werden dafür sorgen, dass das entsprechend mehr wird. Wir und insbesondere die Länder werden dafür sorgen, dass das ganze Thema schnell umgesetzt wird, sodass man mit einer solchen frohen Botschaft in die Weihnachtsferien gehen kann. Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit und das kann man diesmal ja problemlos ein ruhiges Fest. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort geht an den letzten Redner in der Debatte, an Rudolf Henke von der CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wir sind in einer aufgeregten Zeit, sind in einer Zeit voller Alarm. Und selbst Redner, die bisher immer so getan haben, als hätten wir es mit einer ganz normalen grippalen Infektion zu tun, müssen zugeben, dass die Gefahrenlage weit darüber hinausgeht, wenn man sich die heutigen Zahlen vergegenwärtigt. Dann haben wir unter den 1.391.086 nachgewiesenen Infektionsfällen 23.544 Todesfälle, das sind 1,7 Prozent. Nun gibt es eine fehlende Dunkelziffer bei den Toten und es gibt eine wahrscheinlich relativ hohe Dunkelziffer bei den Infektionsfällen. Und deswegen will ich nicht sagen, diese 1,7 Prozent sind das feststehende Faktum. Aber es zeigt schon, dass wir natürlich auch im Laufe der Zeit eine Entwicklung haben. Und die hat mit dem Eintrag in die besonderen Risikogruppen zu tun. Die hat etwas damit zu tun, dass wir das Virus halt, das im Sommer begrenzt war auf die vielleicht 20- bis 60-Jährigen, dass wir das jetzt vorwiegend und mit der größten Anstiegsgeschwindigkeit bei den Menschen über 60 haben. Und damit natürlich auch einen starken Grund dafür, warum wir in diesen Altersgruppen ab 60, ab 70, über 80 zu diesen hohen Zahlen kommen, die vorhin von verschiedenen Rednern genannt worden sind und nahezu an 1.000 am Tag heranreichen. Und deswegen ist die Empfehlung, es einfach laufen zu lassen. Macht doch gar nichts. Muss nichts geschlossen werden. Kann alles offen bleiben. Keiner muss eingeschränkt werden in der Frage, mit wem er sich trifft. Keiner muss irgendwelchen Mundschutz tragen. Lasst es doch einfach laufen. Macht doch nicht so eine Panik. Das ist eine Empfehlung, die genau die Voraussetzungen dafür verstärkt, dass die Todesfälle noch zunehmen. Und ich glaube nicht, dass Sie das wollen. Ich glaube das nicht. Aber was ich glaube, was Sie wollen, ist, dass eine Frontstellung in der Bevölkerung entsteht, zwischen denen, die das auch gern hätten, dass es einfach laufen gelassen wird, und denen, die sehen, dass es notwendig ist, mit solchen Maßnahmen wie jetzt gegenzuagieren. Und dass dieser Weg richtig ist, können wir daran erkennen, dass wir zurückschauen auf die Zeit im vergangenen Frühjahr. Da ist es uns innerhalb von sechs Wochen gelungen, mit dem Lockdown von seinerzeit 50 Infektionen in Deutschland pro 100.000 auf unter fünf zu kommen. Und deswegen ist die Entscheidung zu dieser harten Maßnahme, zu der Batterie-harter-Maßnahme notwendig. Und jetzt zu den Fragen, was ist denn mit den Impfen? Ist das Impfen denn nicht gefährlich? Die Messenger-RNA, dieser RNA-Impfstoffe, wird nach kurzer Zeit von Zellen abgebaut. Sie wird nicht in DNA umgebaut. Und sie hat auch keinen Einfluss auf die menschliche DNA, weder in Körperzellen noch in Keimbahnzellen. Und nach dem Abbau der mRNA findet auch keine weitere Produktion des Antigens statt. Und deswegen ist das, was Sie eben angedeutet haben, und was auch heute Morgen schon mal in einer Debatte angedeutet worden ist, das ist eine Fehlführung der Bevölkerung. Und deswegen muss man sagen, das ist einfach wissenschaftlich nicht belegt. Und deswegen kann ich Ihnen nur sagen, diese Impfstoffe haben sogar den Vorteil, was Sie doch sonst immer kritisieren, dass andere Impfstoffe Adjuvantien beinhalten. Impfstoffverstärker, das ist bei den mRNA-Impfstoffen gar nicht nötig. Und deswegen sind Sie ein großer wissenschaftlicher Fortschritt und eine große wissenschaftliche Hoffnung. Und deswegen sollten Sie sie nicht madig reden. Und vor Jahren Langzeitstudien. Da ist eben gesagt worden, acht bis zehn Jahre dauert es sonst. Ja, warum dauert es denn so lange? Weil Zika selten ist, weil HIV selten ist. Und wir haben doch nur deswegen die verkürzte Dauer der klinischen Studien, weil es eine so große Zahl von Infizierten gibt. Und deswegen können Sie bei der hohen Zahl von Infizierten die Zahl von 40.000 Personen erreichen, die Sie eben bei anderen Impfstoffen, bei seltenerer Ausbreitung der Infektion, erst über einen Zeitraum von acht bis zehn Jahren erreichen können. Das ist der Schlüssel dafür, dass es diesmal so schnell gegangen ist. Und deswegen zum Schluss. Ich glaube, strategisch steht die Frage im Vordergrund, wie erreichen wir die bestmögliche Schadenprävention. Und dazu gehört das Impfen. Und das auch in einer priorisierten Reihenfolge. Und die Reihenfolge muss ich nach der Verhinderung von Todesfällen und nach der Verhinderung von schwerer Krankheit und Hospitalisierung richten. Und nach nichts anderem. Und ich bin dann als Bundestagsabgeordneter gerne damit einverstanden, genau an der gleichen Stelle in der Impffolge zu stehen, wie beispielsweise die Verkäuferin im Supermarkt. Das finde ich dann richtig, weil das Risiko bei uns nicht höher ist als bei denen. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Damit ist die Aussprache zur Aktuellen Stunde beendet. Und ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 4a und 4a.